also gut ja darum werden wir uns auch noch kümmern und da fällt mir ein wir haben ebenfalls das problem eines verrottenden drachen leichnams finden eure archive etwas wie wir den beseitigen auflösen vernichten könnten könnte man den drachen der unter dem schwarzen flug ja mehr tempel haben sie mir gesagt dass der leicht haben sich langsam in die erde bohrt dann solltet ihr vielleicht einmal hier nebenan gibt es einen gelehrten mann an der akademie der magischen rüstung zumindest gastierte er zum als die magi alle hier waren war hier ein mann aus punin er sich mir fiel gerade sein name nicht ein aber er hatte wohl vor einigen jahren vor einem sogar erst etwas über drachische verwesungs gerade formuliert aber eu laus war sein name kennen wir doch jedenfalls der kaffung gewohle zerstört in der tat mit dem leichnam müssen wir noch fertig werden ich habe schon angewiesen dass niemand den leichnam berühren soll und auch keine flüssigkeiten davon er liegt in der kaserne die wird so schnell niemand mehr brauchen also können wir ihn entweder liegen lassen oder wir zünden ihn an hattet ihr denn selbst kontakt mit ihm solltet ihr euch von diesem magister io laus auf alle fälle ein pulver verschreiben lassen eine paste wie hieß diese pflanze noch gleich kommen nicht darauf ach ich weiß es auch nicht noch ein kraut er hat einen spezielleren namen was druck und aus drachen kraut also druck und das wir werden nach ihm suchen als er sich finden ist kommt jetzt wir müssen zur residenz wir haben uns wohl um eine stadt zu kümmern wie spät ist es denn jetzt inzwischen also es ist schon dunkel geworden ja wenn ihr wieder nach draußen tretet könnt ihr sehen dass die sonne hoch oben steht dann in ihrer kompass sagt ihr sie steht im süden also habt ihr mehr als so ein höchststand erreicht es könnte so 14 vielleicht 15 uhr sein während ihr euch umblickt die asche die immer noch in verschiedenen stellen hoch rauch hoch dampft dann jahres erneut die celoten erblicken sie wieder dort steht die arme erhoben die laien predigerin und wieder eine geschichte ertönt und leftern und raya von leftern die menschen die um sie herum stehen haben wohl die arbeiten komplett eingestellt etwas wie eine mittagspause allesamt dreckig staub verkrustet einige blutend können auch sehen wie dem einen wohl der arm gebrochen ist und schlaffer runter hängt man damit aber gar nicht zu stören er lauscht einfach nur dieser zeloten es gab diese eine hübsche frau und sie hieß turidania ihr kennt sie als die heilige und sie hatte zwölf kinder sechs jungen und sechs mädchen und es hieß dass eftan und die ehefrau raya keine kinder gemeinsam hatten keine kinder bekommen konnten und dass raya in ihrem in ihrer sucht turidania erblickte und eifersüchtig ward und daraufhin ihrem mann leftern befahl hinunter zu steigen sie möge die kinder von duridania erschlagen und leftern tat wie raya ihr gehießen hat leftern nahm jedes der zwölf kinder auf drehte ihn den hals um riss ihn die arme und beine aus und da flehte duridania die heilige sie möge doch wenigstens ihr letztes mädchen das jüngste bewahren und leftern lachte und tötete auch das letzte mädchen turidania war traurig und schüttelte schüttelte ihre kleinen fäustchen trommelte auf lefterns brust doch der lachte ebenso und als er wieder zurück ging zu raya er blickte raya ihren mann an und verschließ auch ihn dies ist die geschichte von der heiligen turidania die tänzerin die daraufhin all ihren lebenssinn verloren hatte nachdem raya ihr alles weggenommen hat und so legte sie ihr leben in die waagschale und ging von gareth aus nach bosparan wurde die dämonen kaiserin helahoras heraus gemeinsam mit ihren sieben brüdern dass sie acht bilden und helahoras tötete sie das ist die geschichte von der heiligen duridania die alles gab für raya und raya nahm ihr alles wie kommt ihr darauf dass raya ihren sohn leftern geschickt hat raya ihren sohn raya die nach eurer meinung unfruchtbare warum sollte sie so etwas tun warum schlägt ihr solche lügen in die ohren dieser leute raya die nur harmonie kennt raya die nur liebe kennt die nur gleichmut kennt die allen helfen will warum lügt ihr diese leute an ich lüge nicht mir wurde die geschichte so erzählt wer hat euch dann angelogen nein was ihr erzählt ist nicht wahr es kann nicht wahr sein aber nein ihr sagt leftern sei der sohn das ist falsch leftern ist der gatte von raya und sie waren sehr lange zeit verliebt und doch konnten sie keine kinder bekommen ein jedes von ihnen starb und daraufhin war sie sehr zornig wer auch immer euch diese lügen in den kopf gesetzt hat hat keine ahnung und ihr werdet jetzt schweigen und nicht weiter eure lügen verbreiten es geht auch darum dass ich die menschen einschwöre auf die acht mehr türe auf dass wir den sinn und den zweck dieser zerstörung was ihr tut ist die leute gegen die zwölfe aufzuhetzen nicht sie auf die acht mehr türe einzuschwören nicht ihnen zu helfen nicht ihnen hoffnung zu schenken ihr versucht die hoffnung zu vernichten sagt mir warum tut ihr das aber die acht haben uns doch geholfen oder nicht die acht haben euch geholfen die zwölf haben euch geholfen wir alle stehen hier gemeinsam als menschen gegen das böse wir alle arbeiten gemeinsam seht euch um die stadt liegt in trümmern dennoch wir leben wir stehen wir arbeiten wir helfen denen die noch hilfe brauchen sagt ihr seid ihr seid ihr ein horasier gewiss ihr seht so aus du siehst wie sich jetzt alle umdrehen und auf dich gucken wir sehen sehr zornig aus gute leute hört nicht auf diese verwirrte zieloten sie erzählen lügen vertraut auf eure weiten die die ihr noch habt und nicht auf diese zaudern an den zwölfen auf ihr müsst ihr euren zorn richten nicht auf mich die kriege aus alter zeit sind lange vorbei das horas reich stand mit uns gegen die dämonen sie sind nicht mehr länger der feind die acht haben ihre aufgabe erfüllt sie haben das horas reich wieder zum licht geführt so wie es sich gehört und heute stehen wir gemeinsam als menschen als diener der zwölfe also gut ihr habt den geweihten gehört als einfache zieloten möchte ich mich natürlich nicht gegen das wort von irognaden auflehnen beachtet bitte es ist nur eine geschichte die ich euch erzählt habe wie viel wahrheit darin liegt müsst ihr selbst entscheiden wir wollen euch nicht aufhetzen weder gegen horasia noch gegen die zwölfe oder gegen die acht wir wollen alle nur in frieden leben den rausch des wissens genießen und den rausch der macht den rausch der ewigkeit damit sie allen zugänglich sind hat man schon mal damals in den büchern vom rausch der ewigkeit gehört oder vielleicht sogar von damals der borbarath hochgeweihten in anführungszeichen davon gehört weil das wort rausch der ewigkeit ist ja das was dort auch von ihnen herkommt und ein stück weit es ist irgendwo borbaradianisch da hast du recht und das wissen dürfte dir zugänglich sein weil du in joel gomax ja auch sehr gelehrig warst vor allem azariel scharlach grau zugehört hast es muss aber nicht borbaradianisch sein ich bin keine ehren ich bin nur eine einfache zelotin eine predigerin ich habe nicht mal die niedere weihe empfangen nein ich tue nur meinen götterdienst ich versuche das volk für uns zu gewinnen mehr tue ich nicht sag noch gleich wo habt ihr gelernt in garath mein herr hier im tempel der leidenschaft ne hatte der ekstase sorry schon und auf den straßen auf den straßen ihr erinnert mich an den heiligen vitus mein herr hättet ihr ein auge weniger ihr seht etwas vernarbter aus aber eure gesichtszüge erinnern mich sehr an ihn Lala nimm die hand ein wenig um instinktiv die Augenklappe zu richten die ja schon seiner warte nicht mehr da ist würdet ihr uns doch wohl begleiten wollen selbstverständlich brüder und schwestern geht wieder an die arbeit nein macht eine pause holt euch etwas zu essen versorgt eure wunden ihr guter mann euer arm ist gebrochen lasst ihn richten und dann wenn ihr ausgeruht seid wenn ihr genährt seid dann helft denen die noch Hilfe benötigen ja die zeloten steigt von der kiste herunter die trümmer die da irgendwie herumliegen und steht dann vor euch nach und nach sehr langsam löst sich dann die menschenmenge auf und geht dann wieder der arbeit nach oder setzt sich dann hin holen dann einige hartwürste oder so etwas heraus und teilen die dann auf einige wasserkrüge oder wasserschläuche die dann geteilt werden bitte folgt mir wenn ich euch nicht beleidigt habe dann tut es mir leid nein ihr habt mich nicht beleidigt doch eure worte waren nicht gut gewählt wir werden darüber reden müssen ihr wollt den leuten helfen doch ihr tut es auf eine weise die nur schadet ich weiß eure guten Intentionen zu schätzen ich wollte sie einfach nur wieder daran erinnern dass wir nicht umsonst leiden sondern dass damals vor tausend jahren die menschen ebenso sehr litten wie wir heute dass die stadt garath vernichtet worden ist aber sie wieder aufgebaut wurde immer und immer wieder die Stadt wird wieder aufgebaut aber dafür müssen wir sie nicht daran erinnern welches leid sie bereits erlitten haben sondern dass es Mut gibt dass es ein Licht am Ende des Tunnels gibt genau das dass es eine Zukunft gibt natürlich gibt es die die allesamt werden geleitet ja aber ihr sagt dass Raya nicht die Zukunft ist sondern dass Raya Mord befohlen hat aber das ist doch nur eine Geschichte ja das ist Ketzerei dafür wird man verbrannt unter anderem aber wenn ich es richtig verstanden habe dann ist doch Leftharn eben deshalb verstoßen worden nein Leftharn wurde nicht verstoßen Leftharn wurde entführt er wurde gefangen gehalten in den Niederhöhlen und es war Raya die mit ihren sieben Schleiern in den Niederhöhlen hin abgestiegen ist und ihn gerettet hat aus den Armen ihrer Erzfeindin ich bin nun kein Kind der Stadt aber ich war lange genug in Gareth um zu wissen dass eure nennen wir es mal liturgischen Kenntnisse von den Straßen auf zu sammeln gefährlich ist und dies dann weiter zu predigen sehr nah an der Ketzerei grenzt Komplett ich werde euch die Geschichte erzählen was wirklich geschehen ist damals mit Raya wie heißt ihr übrigens ich bin nur eine einfache Selothin wie gesagt mein Name ist mein Name ich habe meinen Namen ich könnte mich Durydanya nennen wenn ihr wollt ich habe den Namen der Heiligen erwählt wie hat man euch vorher genannt bevor ihr Selothin wurdet wie rät ihr Wollweber und ihr kommt aus Gareth richtig von der Straße wer hat euch denn die Geschichte erzählt über Lefthahn und Raya und den befohlenen Mord oder die ja die Geschichte das war ein Goldschmied meine ich es gibt eine eine kleine Goldschmiede hier ganz in der Nähe zumindest stand sie zumindest vor einiger Zeit noch hier ähm sie deutet die Straße Straße die ja sie deutet auf ein Trümmerteil dahinter wie war sein Name sein Name ähm ich hatte seinen Namen damals nie erfragt den fand er auch nicht für wichtig er war er war wie gesagt ein Goldschmied oder ein Lehrling ich glaube Reo hieß er Jo Gimmschneider oder etwas und doch liest ihr euch wichtige und abweichlerische Geschichten über die zwölf Götter und ihre Güter nicht nur von einem Goldschmied erzählen sondern predigt sie dann auch noch und das einfache Volk weiter das aus eurem Mund so ihr ja doch sagen wir vertrauenswürdig aussieht Wahrheit nicht von Falschheit unterscheiden kann tut mir leid dass ich damals in der Pryos Tagschule nicht aufgepasst habe eine wichtige Frage habe ich und zwar versucht ihr die Leute absichtlich vom Raya Glauben abzubringen brech die Wahrheit die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit so wahr Pryos euch helfe euch da ein heiligenbefehl wirken man darf gerne eine Menschenkenntnisprobe in die Box würfeln und alle anderen auch wenn sie mögen ich möchte ein heiligenbefehl wirken jo ist ok ja lass mal die Regeln für den heiligenbefehl mal vorlesen ja einen Moment bitte ich schmeiß den mal schnell Doppel 1 ist immer drin Fabilia allein ist der überhaupt gelungen? warte ich sehe es gerade nicht ich bin im WDG ja du hast einen Patzer Patzer aber du darfst trotzdem mal die Regeln vorlesen ja unabhängig von der Doppel 20 ne ich bin den verfluchten Text gerade nicht hier sie muss im Grunde den Befehl ausführen sie darf sich dagegen widersetzen mit einer Selbstbeherrschungsprobe erschwert um LKP Sternhalbe plus 5 der Befehl muss dem Prinzip meiner Gottheit entsprechen aber sagt die Wahrheit ja ja Patzer du fängst an zu leuchten ein ja ein leuchten was von dir und deiner Rüstung ausgeht und sie guckt dich an schüttelt mit dem Kopf nein das ist nicht meine Intention es geht mir nur um die heilige Durydania und die 8 Märtyrer Jalan Freunde ich bin mir sicher sie hat nichts böses gemeint nein sie hat einfach viel geleitete Wahrheiten gehört etwas das wir beheben können sie meint es gut sie wollte den Leuten Hoffnung schenken etwas was wir alle tun sollten Jalan muss es dann leuchten das ich bringe Mami hinab sehe ich das leuchten auch oder nur die anderen ja das kannst du auch sehen ja wie viel Karma kostet dich das? 10 10 das ist gerade 2 Liturgie ja dann zieh ich mal die 15 ab du bist leer ich hab nur 14 aber gut ja dann bist du leer trotzdem ja das ist der Glanz des Herrn Pajos der euch zur Wahrheit gemahnt und uns allen erdeutlichen sollte deine Antwort ist die die du mir geschrieben hast muss sein ich nehme mal an ich empfinde sie als wahrheitstreu man schaut Kiaras an also ich glaube dass sie dass sie dass sie Raya vor unglimpft einfach nur nebenbei weil sie um den 8 Märtyrer geht aber sie tut es und das mit voller Absicht hm das sind schwere Anschuldigungen ich glaube nicht dass jemand zu so etwas Bewusstwilligen in der Lage wäre wir sitzen an einer Stadt im Notstand und wir können es nicht brauchen dass jemand die Götter vor unglimp die uns hier mit Ach und Krach hindurchgeholfen haben ich denke auch die Frau gehört von der Straße was geht dann bei euch mit Ketzern Ketze werden aufgeknüpft und ihre Leichname verbrannt der Anschuldigung der Ketzerei ist allerdings nichts wofür man ohne Geständnis verurteilt wird das wäre eine Sache für die Inquisition wenn ihr mögt dann werde ich mich natürlich eurem Gerechtigkeitswahn ergeben ihr erinnert mich dann nicht nur an den heiligen Vitos an einen Soldat sondern sogar an den heiligen Emmeran immer schlägt zu und brüllt dabei Halt die Schnauze jetzt immer ich bitte dich das ist nicht nötig ja sie fällt zu Boden ihre Wange fängt an zu bluten den heiligen Eborreos den Richter die heilige Jacinthe ich reiche eine Hand komm steht auf Wilma packt sie deswegen am Arm und zerrt sie hoch los jetzt hier weg mit der Alten er hat genug gelabert wartet mal wartet mal bleibt alle mal stehen vielleicht haben wir uns irgendwas aus der Festung zugezogen ja dann sollen wir sie jetzt erstmal zu den am besten irgendwo hinbringen wo sie jetzt hier hochnotpeinig befragt werden kann die Inquisition wird besseres zu tun haben bis die Sache geklärt werden kann dann machen wir das halt das dürfen wir nicht immer beruhigt euch bis die Sache geklärt werden kann kommt sie vorerst in den in welchen Kerker dann überstellen wir sie an Inquisition in welchen Kerker unter der alten Residenz muss doch noch einer sein wir finden schon einen wir werden in nächster Zeit noch genug Kerkerplätze brauchen wir sollten uns jetzt um einen kümmern ist nicht magisch ist irgendwas anderes magisch ich äh frage jetzt unseren Leuchterritter äh der Leuchterritter ist wahrscheinlich auch nicht magisch so unmagisch wie man auch sein kann das lag nur am also OT lag's am Pazam mit der Dreife- das weiß ich doch nicht naja also er ist nicht magisch natürlich nicht immer ist auch nicht magisch wie du siehst hat Völdaura ja klar ja also ein magischer Effekt ist das nicht ich sagte doch der Herr Paz blickt auf uns hinab ist aber plötzlich na gut ich werde das mal nicht anzweifeln wir sollten sie aber trotzdem hier wegbringen also mit diesen Geschichten die sie hier verbreitet vielleicht hat sie auch Freunde das ist richtig aber vielleicht hat sie auch irgendwelche Freunde die die gleichen Geschichten erzählen wir hören uns diesen Gämmenschneider vorknöpfen ihr dürft mir auch die Daumen abschneiden wenn ihr wollt nein das ist noch nicht nötig ich wissen keine Barbaren es geht mir um die Gerechtigkeit gute Frau ja ich weiß und der wird Genüge getan früher oder später aber immer ich weiß denn falsch mit der jetzt mal im Ernst was ist denn los mit euch Mittelreichern hier hat ja jeder Vollein an der Flanke und eure Bohren Ketzerei sehen wir mal ab kommt jetzt wir haben viel zu tun und wenig Zeit das ist keine Diskussion die ihr nicht gewinnen könnt immer zerrt mit der alten am Arm und läuft dann mit Jalan mit los jetzt mitkommen und setzt was ja ich gucke allerdings an uns andere mal Ömer ein bisschen seltsam an wo dieser Pryos einfach auch immer herkommt das frage ich mich auch ich frage aber nicht ich heiße das einfach mal still gut ja so könnt ihr euch ja so könnt ihr euch gemeinsam mit ihr durch die Trümmer durchkämpfen und dann in der alten Residenz könnt ihr ja nicht wirklich einen Kerker finden aber eine Tür die man zusperren kann wo es dann noch so ein kleines Fenster nach draußen gibt eine Erdmulde oder sowas die dann noch genug Luft durchlässt könnt dann von der anderen Seite einen Schrank oder sowas gegenstellen das dann als Kerker fungiert bis dann eben anderes beschlossen worden ist so dass ihr dann in der alten Residenz in dem schwarzöligen Garten steht mit den Zelten die Flaggen die mittlerweile wieder aufgerichtet worden sind ja Leonardo sitzt hier irgendwo herum und hat sich Beschäftigungen gesucht hat verschiedene kleine Metallteile zusammengesucht irgendwelche Sachen vom ja eingestoßenen Tor hat er ja ein bisschen Feinmechanik im Kopf und schnitzt da so ein bisschen an Holz herum ihr wisst nicht genau was er vor hat aber er rötelt da gerade in seinem Konstruktionswahn umher und ja Ludolf von Wertling ist natürlich da und auch Amelia Grotterian aus der ehemaligen hoch angesehenen Familie Grotterian ja ist da sehr streng und versucht sich da selber selber so ein gerade ein bisschen Durchblick zu schaffen und geht dann da ordnend durch die Zeltstation durch und herrscht da wohl einige also sie hat da wohl von Ludolf von Wertling gerade die Möglichkeit bekommen da für Ordnung zu sorgen was ich auch tut gut Emhain dieser Park hier ist im Griff dann sollten wir auch zuerst freiräumen lassen ich nehme an dass sich noch mehr Leute hier einfinden und akquartieren werden ja das ist ja das ist das ist das ist das ist vielleicht ist das ja irgendwie vielleicht gibt es hier Leute die unbedingt wollen dass hier mehr naja mehr die Götter verunglimpft werden aus irgendwelchen Gründen vielleicht ist es ein Komplott das gibt es um die Stadt aufzuwiegeln bevor er endlich kommt um sie zu holen die wirklich vielleicht ist es einfach nur vielleicht sind es vielleicht sind es einfach geheime Spione von Galotta die einfach jetzt glauben sobald die Festung auftaucht dass sie ab dann sozusagen sobald der Kampf vorbei ist und sich gelegt hat dann jetzt hier dieses tun sollen falls Galotta damit gerechnet hat dass er vielleicht verlieren könnte es ist natürlich eine günstige Gelegenheit jetzt den Versuch zu versuchen den Glauben zu erschüttern vielleicht tut mir ein Exempel-Shit auch ihren an hier keine Verurteilung wegen Ketzerei ohne Geständnis das gerät immer mehr in ins Chaos ich habe bereits gesehen wie Leute Diebstahl begangen haben den Tempel ausgeraubt haben den Freias Tempel Tempelraub wir haben ein wichtigeres wir haben ein wichtigeres Tempelraub ich meine sind wir ganz ernsthaft diese Reliquien holen wir wieder zurück ja was nicht passieren darf ist der Verfall des Glaubens wir müssen die Leute direkt direkt umboxen wir müssen jeden von diesen falls es noch mehr gibt die ihre Geschichten oder ihre eigenen Ansichten die wir die Achterheiligen haben von der Straße holen ja immer wir erweisen ihnen Chors Gnade Raphim ja wir können ihn einfach erschlagen aber Raphim lass uns die beiden noch ein lass uns kommen lass uns doch beide losgehen und die einen sammeln die ganzen Spinner Raphim nach Möglichkeit bitte keine Toten vor allem nicht öffentlich ja du kannst sie doch ganz Gnade erweisen ja du kannst sie doch ganz Gnade erweisen indem du ihm das Fressbrett ein bisschen äh ne und äh äh klimpert mit der Hand gegen deinen Schlagring jetzt versuch nicht die Leute auch zu wiegeln versuch das friedlich zu lösen mach ich ja so als wär das mein erster Aufstand kümmern wir uns um die Stadt immer wie ich verstehe hast du sagen wir Kontakte zu den Tobrieren ja ja klar die müssen sie dafür einspannen die Reichstraße gehen Norden frei zu machen verspreche ihnen notfalls Anteil an Zolleinnahmen oder so ähnlich ich weiß nicht wie gut du dich mit solchen Gesinn auskennst aber wenn du bei den Almadana irgendwen erreichen kannst wäre vielleicht ein selbiges Engagement gut die Straße nach Süden muss offen sein damit wir Korn der Golden Aue halten können ich weiß nicht also nach Süden hab ich wenig Kontakte wie gesagt nach Norden geht das alles ich kann gucken ob ich ein paar Leute dazu bekomme im Süden was zu machen aber irgendwelche Rivalitäten gibt's dort deswegen die Leute nicht ihr Viertel verlassen und in den Süden gehen die Tobrieren war da mal deswegen meinte ich ja du solltest schauen ob die du die Almadana im Süden irgendwie ins Boot holen kannst Almadana hm aber mir kanntest du dich da nicht auch aus? war das nicht diese Mäuschler gilt mit Giften? der Gift Gift hab ich auch schon das ist doch Giftenmäuschler ja das weiß ich nicht aber Gifte machen die ich hatte beim ersten Einzug nach Garth unliebsamen Kontakt mit diesen Herren ich würde es äh vorziehen ihnen nicht weiter zu begegnen also durchs Raum und dieser Tor da ist auf jeden Fall jede Menge unberührte naja unberührte Stadt ich weiß nicht wie es heißt also da sind auf jeden Fall noch genug Leute die helfen können aber so wie ich das sehe sind die Vorstadtbanden noch das Organisierteste was wir im Moment haben und sie zur Mitarbeit zu bewegen wird uns das Leben einfacher machen auch wenn mir solche Genossen nicht gefallen also ich kann mich bei Almadana nicht blicken lassen also ich gehöre ja mehr oder weniger zu den Torbrüern und helfe denen dann kümmer dich darum zu Almadana na gut die Straßen müssen offen sein auf die eine oder die andere Weise aber ohne wir uns die Stadt ersticken keine Ahnung von Almadana aber ich probiere das mal also ich könnte mir vorstellen dass ich von mir aus einen Trupp von Torbrüern anführe vielleicht wenn die unter ein paar Kleinigkeiten mitstehlen aber grundsätzlich davon anleite äh sozusagen speziell die äh die die Hauptverkehrsstraße zwischen Norden und Süden in der Stadt äh sozusagen frei zu räumen das wäre wünschenswert ich würde aber gerne nochmal daran hatte ich schon gearbeitet ich würde gerne nochmal zum Tempel des Chors gehen ich wollte da noch ein Schreiben aufhängen du was du kannst wenn du die Zeit dafür hast auch hier sollte ich nicht mehr gibt viel zu tun für jeden von uns kommen wir nochmal ja wir werden Gold brauchen ich weiß nicht woher habt ihr Ideen? nun ich weiß nicht wie es um die Schatzkammern bestellt ist und hm die meisten Leute mit Geld sind geflohen oder die Häuser sind äh naja also jetzt das letzte Mal davon Geld gesprochen wurde also hieß es doch noch dass hier das Mittelreich fast pleite sei oder nicht jetzt kann man wahren so erzählte man sich zumindest immer leer wir werden uns wohl in die Resilienz begeben und nachsehen müssen wofür braucht ihr denn Gold und wie viel? wir werden Leute bezahlen müssen wir werden aus der goldenen Au und möglicherweise aus anderen Ortschaften Nahrung herbeischaffen müssen können wir das nicht befehlen? nun wenn es auf Worte von Padigan hin geschieht vielleicht mit Krediten wir werden die kaiserliche Siegel das muss hier doch noch irgendwo sein sollten wir die Resilienz durchsuchen wir sollten mit dem Heldenrat darüber reden wir sind der Heldenrat wir sind der Heldenrat wir sind doch noch da vorbeimarschiert oder habt ihr irgendeinen von den anderen gesehen? ich konnte keinen entdecken nein aber wir haben auch nicht weiter nach ihnen gefragt ja das mag richtig sein ich hab mal irgendwann das Gerücht gehört dass von Eisinger wieder tot ja das wurde mir auch berichtet im Tempel soll der gewesen sein oder nicht? ja genau der Tempelplatte derzeit müssen wir uns wohl mit dem arrangieren dass wir die einzigen sind entsprechend handeln wir können nicht darauf warten dass irgendjemand irgendein Polygon herbeistolziert und wundersamerweise unsere Probleme löst ist diese die Schwester von unserer Kaisererbin ist die noch hier? weiß das jemand? sie ist vor der Schlacht weg Transvarsalit woher wisst ihr das? weil ich hier gesehen hab wir müssen einen Botenratter finden der muss sofort nach Punin wir brauchen den jungen Selindian hier schneller wir ihm die Krone aufsetzen desto besser die Schlaftablette na gut, da muss aber sein naja wenn du keinen anderen Erben hast außer Answin dann müssen wir den wohl nehmen wenn ihr ihn nicht finden könnt setze ich den alten Storko auf den Thron aber Answin schreitet nicht durch diese Tore warum eigentlich nicht? ist an Answin irgendwas verkehrt? nun er hat uns nun nicht geholfen bei der Schlacht er ist nicht vertrauenswürdig ganze verdammte Familie besteht nur aus Verrätern wenn wir aber wenn wir unsere ganzen Informationen mal verwenden dann ist er eigentlich kein Verräter dennoch wird er die Situation nur ausnutzen weil die Macht an sich greifen und hinaus schmeißen und alles wird noch schlimmer ja aber wenn wir unsere Informationen nutzen auch wie dunkle unsere Quellen auch immer sind so hat er nicht hat er nicht Unrecht sind die Macht zu ergreifen Answin, sein Vater oder Großvater Answin der Ältere ja hat versucht den jungen Brinn zu vergiften auf einem Turnier er hat während des Orkensturms die Stadt an sich gerissen sein Sohn kommt ihm wohl gleich wenn man dann ausbleiben seiner Verstärkung vor Wehrheim in Betracht zieht ich will verdammt sein wenn er sich auf den Thron setzt und was wollt ihr gegen tun wenn er mit einer Armee vor der Tür steht darum kümmern wir uns wenn es soweit ist und dagegen können wir dann nichts tun dennoch sollten wir das nicht heraufbescheuen dass er mit der Armee kommt und diese Situation ausnutzt wir können keinen Machtkampf jetzt gebrauchen ich denke ihr habt recht wir sollten uns erstmal um aktuellere Probleme kümmern irgendwer muss dieses blöde Siegel finden dann müssen wir Wertling finden damit er da mit unterschreibt weil der hat zumindest einen gewissen Adeligenstand nichts gegen eure Adeligenstände aber wir sind alle Adelig ja aber der Mann ist wichtiger als wir und dann müssen wir auf nun Steuersenkung Kredit alles was wir und was uns eins verhält den Leuten versprechen dass wir uns Nahrung liefern meine Idee wäre auch den Sohn den Prinzen der Nordmarken einzubeziehen er müsste noch irgendwo in dieser Stadt sein wenn wir ihn finden ich meine falls er nicht unter den tausenden und nochmal tausenden Toten ist dann wäre es so was ist eigentlich mit den Zwergen geschehen hat jemand die gesehen? weg warum stellt ihr Fragen die alle mit derselben Antwort zu beantworten sind? na ich finde die Frage schon wichtig vielleicht hätte irgendjemand den Zwerg gesehen weil wir uns auch zwischen nicht aufgeteilt also das Arena Viertel ist zerstört wenn er dann noch war dann ist er jetzt tot ich hoffe nicht aber mir schmerzt der Kopf ganz einfach ich weiß nicht könnt ihr jahrelang könnt ihr euch nicht darum kümmern diese hier alte Residenz zu durchsuchen ich ihr habt doch mehr Ahnung davon wo sowas gelagert werden könnte sicherlich Iserhuhn wollt ihr euch anschließen oder noch einmal das Skelett der Schwert und Stab durch Döbern ich werde mit zur alten in die Residenz kommen und Lulife die Überreste von Brinn überreichen immerhin war er sein Adjutant dann klar ich gebe ihr mal den Beutel immer sein Knappe vergess das nicht hier sieht auch ganz ok aus ich werde mich aufmachen zum Chortempel hat irgendjemand mal ein großes Blatt Papier für mich und ein Drift so ein Viertelfühlerhalter oder sowas ich muss ja immer schauen ich habe bestimmt noch was ich habe bestimmt noch was ich habe bestimmt noch was verschmuddeltes Stück Pergament nebst der verschmuddelten Robe fisch ich aus diesem Rucksack und reiche ihn dir hier ja gut habt ihr noch so einen Kohlestift oder etwas in einem anderen Stift mir doch egal kann auch so ein so ein Federding sein wie heißt das denn nochmal kram noch tiefer in der 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 dem Rucksack und reiche dir so einen ja schmutzigen triefenden Stift in in deiner Hand hier na danke Abelmir der ist ja schön er riecht ein wenig ihr könnt ihn ruhig behalten danke schön für euren gammeligen Stift ganz ehrlich du wärst da dran gewiesen hättest du einfach ein Stück Kohle vom Boden aufgesammelt ähm ich würde dann aber heute auch in Tempelhöhle schlafen wenn ich mit meinen Aufgaben fertig bin nur dass ihr da früher Bescheid weiß ich glaube die Nähe zu den Göttern ist heute wichtig seid nur morgen früh wieder hier und halt schon damit wir wissen dass euch niemand abgestochen hat ach das heißt wir treffen uns morgen früh bis morgen Mittag irgendwie so um den Dreh wieder hier am besten morgen früh aber falls ihr uns nicht schafft dann morgen Mittag genau gut wo sind wir denn gerade nochmal an der alten Resilienz siehst du da ist das große Regierungsgebäude und die Hälfte davon wenn ihr irgendeinen bösen Dämonen findet der euch umbringt dann zündet euer Lichtartefakt damit der Rest von uns Bescheid weiß Sollt ihr noch mehr von diesen Bredingern finden sammelt sie ein bringt sie hierher Alleine kann ich nicht einsammeln aber ich kann sie alleine abstechen dann bitte keine Toten ja grad dann werde ich nur gucken ob ich welche finde und wir können ja dann sozusagen darüber beraten wenn ich welche finde und wie viele ich finde ob das jetzt hier anscheinend möglicherweise in Richtung Verschwörung geht oder ob das jetzt hier äh nur zufällig ist und ja merkt euch im Notfall wo sie Bredingen und wir sammeln sie dann zusammen ein ja Lothar Galotte das brauche ich gerade noch hoffen wir auch das Beste immerhin scheint der Drache stillzuhalten